Dinge, über die man sich vollkommen zu Recht mal aufregen könnte. Kuhmilch 7% Mehrwertsteuer, Hafermilch 19% Mehrwertsteuer. Heißt, wenn du für einen Euro die klimaschonende Hafermilch kaufst, gehen dann noch 19 Cent an den Start. Wenn du die not so klimaschonende Kuhmilch kaufst, nur 7 Cent. Warum? Weil das hier ein Grundnahrungsmittel ist und das hier... Kosmetik? Hm, straff die Haut. Nein, der wahre Grund ist natürlich, dass hinter der Kuhmilch eine riesige Lobby steckt. Jeder weiß, don't mess with the Milchbauer. Und hinter der Hafermilch nicht. Ich meine, womit wollen die drohen? Wir bewerfen euch mit Haferflocken? Und deswegen hat niemand in der Politik Lust, das Thema anzupacken. Denn wenn man es anpackt, müsste man ja vielleicht auch mal drüber reden, warum aufs Rindersteak nur 7% Mehrwertsteuer fällig sind, aufs Erbsensteak dagegen 19. Oder warum auf Trüffel 7% Mehrwertsteuer sind und auf Süßkartoffel 19. Oder, jetzt wird's richtig absurd, warum löslicher Kaffee 19% Mehrwertsteuer hat und Röstkaffee 7. Will aber keiner anpacken und deshalb sind das...